Moin Moin und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Runde SCUMM. Schön, dass ihr da seid. Also ich habe gerade Nachtsichtgerät noch an. Wir sind hier immer noch in unserer, was ist das hier? Eine Waffenfabrik, Torpedofabrik, Mechfabrik, militärische Fabrik. In der sind wir immer noch schön unterwegs. Ich habe Nachtsichtgerät, wie gesagt, noch an. Es dürfte aber gleich hell werden. Ich habe es jetzt nur kurz noch an, weil es eben noch ein bisschen dunkel war. Ich mache es mal wieder aus. Ich meine, es geht schon langsam wieder, aber... Da könnte es auch mehr werden. So, gucken wir mal hier in die Kisten rein. Was ist das hier eigentlich? Kleiderschränke, Waffenschränke? Kleiderschränke. Ja, okay. Okay, ich bin mir nicht sicher. Was ist hier jetzt die Carbon Hunter? Es gibt hier wahrscheinlich so viele Waffen im Spiel, von denen ich noch nicht was im Leben gehört habe. Was ist genau das hier? Schubladen, Tische. Oh, vielleicht doch eher Waffenschränke. Irgendwas lasse ich hier. Dafür ist mir mein Tafelnplatz kostbar. Gut, noch hätte ich es mitnehmen können, aber... Ich glaube nicht, dass wir in zwei Minuten raus sind und entsprechend kann ich das noch mit irgendwas anderem füllen. Habe ich hier Pfeil raus? Ja. Aber ich habe die noch gar nicht ausgezogen, Minion. Mach dich schnackig, Spiddy. Uh, ein Auge. Leuchtpistole. Oh, Schleifstein. Oh. Leuchtpistole. Noch ein Magazin. Oh, für eine Diegel. Uh. Ist der auch noch eine Diegel für mich? Meinst du, ich nix gegen einzuwenden? Ja, Waffenschränke, irgendwie so. Ich habe Schraumdreher gefunden, ich will sie nutzen. Auf der anderen Seite ist es gut, dass ich sie habe für den nächsten Bunkerausflug. Also eigentlich ist es relativ egal. Ich will jetzt auch nicht jede einzelne Kiste mitnehmen, aber... Ein bisschen kann man ja mal gucken. Eine Gasmaske. Oh. Die gebe ich jetzt erst mal mit. Bin mir nämlich nicht sicher, ob ich welche habe zu Hause. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir sie brauchen, aber... Uh, Essen. Oh. Konnte ich nicht essen, wegen der... Gasmaske. Ey, gibt Sinn. Cool. Solche Details. So. Bisschen Fisch. Da war wohl schon dran. Ein voller... Schlüsselklebewand. Ein voll nehme ich mit. Jo, noch ein Schleifstein. Ich weiß nicht. Ich könnte ja... Ein paar Kleinigkeiten, die mir jetzt nicht so super wichtig sind, da reinpacken. Die behalte ich mal. Komm, die Wasserflasche lasse ich hier. Angelköder. Leberwand. Und die Augen. Das heißt, wenn ich das jetzt hier vergesse... Ist mir das nicht so super wichtig? Oh, kann ich davon was stapeln eigentlich? Ich habe so viel Munition hier. Sieht schlecht aus. Achso. Warte mal. Präparieren wir ihn. Eine Sache kriege ich noch rein. Und dann nehmen wir es einfach in die Hand. Und zwar... Kriegst du... Einser Schraubendreher. Und dann nehmen wir die Kini Hand. Dachtabwurf. Nö, das war... Ich habe hier genug zu tun. Hey. Warte mal. Haha. So. Ist natürlich dreckig geworden dadurch, aber egal. Boah, ein stiller Schraubendreher. Boah, still. Ein 40er wäre natürlich richtig episch. Boah, diese Kartons sind auch eigentlich gute Lieferanten für Schraubendreher. Oh, herrlich. Oh, herrlich mit. Vergammelte Bubbles-Brause. Nehme ich sofort. Oh. Ich brauche was zu trinken. Die Gutehose lasse ich hier. Ja, wie gesagt, wir nehmen jetzt den Spot gar nicht so genau auseinander. Muss ja an meinen Platz denken. Hallöchen. Die Gutehose, die Kräne hochziehen. Da oben sind Häuser drauf. Es ist riesig. Aber es sind alles noch so wie die Produktionszeilen ganz normal, oder? Wir können gleich mal so einen Kran hochklettern. Aber ich würde einmal noch in eine Halle reingucken. Wenn die genauso aussieht wie die anderen, dann lasse ich die mal links liegen. Wupp. Die sieht ziemlich genauso aus wie die anderen bisher. Oh. Oh. Wir haben was gefunden. Schränke. Oh. Oh. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich habe keinen Platz dafür. Okay. Moment. Wir nehmen einen Einserschraubendreher in die Hand. Und machen auf. Ach so. Falsche Tasten. Ich war gerade noch beim Schlossknacken von Darkness Falls. So. Wir haben... Echt jetzt Spiel. Geil. Ein bisschen Platz habe ich auch noch. Geil. Geil, geil, geil. Geil. Was? Das ist doch ein NMG, oder nicht? Maschinenkant. Na. Siebeneinhalb Kilo. Oh. Ich hätte hier nicht reingehen dürfen. Okay. 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 Wir haben ein Problem. Ich habe das Problem erstmal gelöst. Ich will den Werkzeugkörper nicht hier lassen, aber ich glaube, ich tue es gleich. Okay, wir nehmen ja erst mal nochmal einen anderen Schrank auf. Das kann doch nicht wahr sein hier. Oh. 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 Komm. Gib mir was. Was? Ich bin jetzt doof, dass mir was gegeben ist, aber... Oh. Oh. Schlagen. Oh. 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 Nächster. Was? Was habe ich hier? UMP 45. Ja, ich brauch mehr Platz. So, dann nehm ich wieder ein Einsatzraumdreher, damit er weg ist. Ist das gut? Ähm, ja. So, dann spielen wir das Spiel wie eben. Ich packe irgendwie alles raus und danach packe ich es wieder rein. Aha. Ach, ich dachte, das sah gerade komisch aus. Ich dachte gar nichts drauf packen. So, und wieder rein in die gute Tasche. Was jetzt? Echt jetzt? Gut. Ich hab hier noch eine. Und einer. Ah, falsche Tasche schon wieder. Upsi. Ne, ich packe erstmal alles aus dem Rucksack raus. Wir müssen die gleich aufräumen. Ah. So. Dann packt das mal in den Rucksack. Einen Schrank hab ich noch. Ich glaub, ich hab grad einen guten Schraubendreher genommen. Na egal. So. Jetzt wird's spannend. Ich muss die Schraubendreher mitnehmen. Ich muss die Schraubendreher mitnehmen. Die Schraubendreher darf ich auf gar keinen Fall hier lassen. Wären dann schon eher die Dietriche. Ja. Jetzt hab ich den hier an. Komm. Bin ich mal so dreist und verzichte auf die Augen, die ich immer so schön mitnehme. Ich ess mal vergammeltes Toastbrot. Das wird mit dem Liebsten ab. Ich zieh's jetzt einfach durch und hoffe, dass ich nicht kotzen muss. Perfekt. Haben wir was im Wagen. So, ein 50er Koffer. Find ich leider furchtbar gut. Hier ist noch Platz. Also, die Pfeile lass ich jetzt hier. Munition, Ne-Set. Ich könnte die Gasmaske mir noch vorstellen, hier zu lassen. Das wäre... in Ordnung. Aber wir haben jetzt schon hier halt das Problem. Egal. Ich würd hier gerne noch weiter looten. Ich hab keinen Platz mehr. Nicht mal der Rucksack gibt hier nicht mal Sinn. Ich hab noch gar keinen Kofferraumplatz. Oh, nein. Nein. Verflucht. Okay. Was lass ich hier? Das Ne-Set. Oh. Munitionsbox nehm ich auf jeden Fall mit. Gasmaske. Pass auf die Gasmaske. Munition finde ich grad richtig gut. Ah, da gibt mir nochmal ein bisschen Geld. So. Ich hab jetzt theoretisch noch die Driche, die ich mitnehmen könnte. Aber das ist... ...eigentlich nicht wert. Und ich bin mir wirklich sehr sicher, dass das hier gar nicht alles ist, was wir sehen können. Also hier werden noch mehr Schränke irgendwo sein. Okay, dann machen wir jetzt nochmal einen Ausdruck zu den komischen Stihlhäusern da. Wie sind wir die Häuser, die da am Hafen so hochgehen? Lagerhallen sind ja von innen recht ähnlich. Lagerhallen sind ja von innen recht ähnlich. Gut, hier waren die Schränke. Vielleicht kehren wir hier auch irgendwann nochmal zurück. Uh, seid ihr gleich? Ja. Guck mal, ein Platz wieder. Eine Schachtel-Schrotflitten-Munni, die muss auch mit. Jetzt hab ich hier mal noch drei Schuss reinkommen. Die drei Schuss lasse ich jetzt einfach hier. Okay. Weiß, ist das gut. Wie ist das noch eine kleine Halle? Komm ich da rein? Ohne angeschossen zu werden? Ja. Was mach ich hier? Ich hab keinen Platz. Na gut, würde ich durch und schrauben. Den sofort mitnehmen. Moment. Musst du kurz meine Tasten finden. Danke fürs Warten. Das Katana ist so geil. Aha. Wasp? Zaun! Wasp? Isp? Oha! Wasp? 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 Oha! Wasp? 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 Wasp mit? Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Stielhäuser, sag ich doch. Okay, ich war gerade überlegen, ob ich den Rucksack drumherum schiebe, aber nee. Ich will gerade keine so großen Umwege mehr gehen. Und wir müssen hier raus. Ich will mit dem Motorrad fahren. Und ich will die Sache nach Hause bringen. Eigentlich auch noch ausprobieren. Ich weiß gerade alles. Es ist so wunderbar hier. Ach, mir fällt gerade übrigens ein, wenn ich das hier gerade schon alles so am Abfeiern bin. Wenn ich den Hinweis bekomme, dass bei den Bunkern mit einer Keycard vorne, um reinzukommen, dass ich da, wo die Leichen drumherum einfach looten kann. Und dort eine Chance darauf besteht, die Keycards zu finden. Wir machen kurz Wasser pinkeln. Gut. Ich lass einfach laufen, ne? Ah. Hat's geklappt? Was ist da los? Jetzt wegen der Tasche? Okay. Da ist auch ein bisschen dumme Leuchtnis drunter dran, ne? Mögendlichst nah an die Leiter, ja? Ich nicht! Oh nö, ich hab jetzt meine Leuchtpistole kaputt gespielt dadurch. Anscheinend war es die Flasche, äh, die Dose. Uh, dann pinkele ich halt doch hier. Oh, genießt die Aussicht? So was machen wir aber nicht öfter mal, ne? Wir gehen eigentlich auf Toilette. Treffe ich das Wasser? Nö. Ah, ist da vorne die Brücke, wo ich runtergekommen bin? Ei, ei, ei. So. Dann gib mir mal meine Sachen wieder. Na du? Das ist ein Tana, das weiß ich nicht. Fühlt sich doch schon ein bisschen übertrieben, Mann, wenn ich ehrlich bin. Na! Ach, das Problem ist, ich will den auch haben. Warum? Hm. Mach mit's im Ernst, ich könnte ein paar Pfeile verzichten, oder? Lauf ich mir neu? Passt schon. Aber sobald ich irgendwie eine Schrotflinte finde, bin ich ja sofort glücklich. Ich hätte furchtbar gerne eine Schrotflinte. Eine richtig schöne. Wie heißt die? Die Estuars 12 oder irgendwie so? Wo heißt die hier? Die würde mir gefallen. Hey, da vorne ist der Airdrop. So, was haben wir hier schönes? Aussicht? Okay. Okay, okay, okay. Ich habe mich gerade für einen Moment über den Rucksack gefreut. Oh, nee. Das sind die linken Schränke. Okay. Ich mache sie aufs Prinzip. Wohl notwendig sind Rucksack hier deponieren. Moment. Takeout. Takeout. Handwerk. Favoriten. Dietrich. Autocraft. So. In die Hand nehmen. Da verbrauchen wir schon mal wieder einen Schraubendreher. Oh. Eigentlich ist das Problem, dass ich will gar nichts finden. Das ist wirklich auch Spaß. Oh, schön. Okay, es war nichts drin. Jetzt bin ich verwirrt mit meinen Gefühlen. Oh. Handwerk. Dietrich. Dietrich. Nervt mich. Ich habe tatsächlich bei zwei Schraubendrehern angefangen, statt eine zu verbrauchen. Das nervt mich ein bisschen. Egal. Kann man ja alles machen. Hätte ich verhindern können, wenn ich aufmerksamer gewesen wäre. Oh, ein Gewehr. Oh, ein Gewehr. Oh, ein Gewehr. Keinbar kann ich mich schon mal nicht mit dem Gewehr freuen. Ich weiß nicht, was ich jetzt alles verzichten müsste, um das Gewehr noch mitzunehmen. In welchem Fall habe ich Schleifsteine eigentlich und was? Ein Schleifstein, zwei Schleifsteine, drei Schleifsteine. Okay. Kann ich noch Munition zusammenführen? Sieht schlecht aus. Ich bin am Ende meiner Möglichkeiten. Nein. Kannst Katana hier lassen. Oder den Bogen. Das wäre auch noch eine Option. Aber... Nein. Komm. Schnell ist auf dem Eins. Das sieht nicht so geil aus. Da gibt es bessere. So. Noch eine Tasche oben drüben. Oh, da hinten liegt was. Drollenholz da. Ja, ich kann nur eins tragen und das habe ich ja. Ne, ich nehme eins, was ich habe. Alles gut. Echt jetzt? Und schon wieder ein neuer Munitionstyp. Ich muss reingucken. Ich weiß selber, wie dumm das ist, aber ich muss. Gut, was heißt hier dumm? Vielleicht ist was Episches drin. So, warte mal. Erstmal hier. Eins. Zwei. Drei. Handwerk. Dietrich. Autopfer. Dann haben wir 30 Minuten gleich wieder rum. Dann machen wir die Motorradtufe beim nächsten Mal nach Hause. Ohne irgendwelche Spots zwischendurch. Aus Mangels, äh, Möglichkeiten. So, ihn in die Hände nehmen. So, nehmen wir den nächsten in die Hand. Verbrauchen wir ihn hier doch einmal. So. Jo. Guck mal. Da haben wir auch schon mal wieder was. Eine Schachtel-Munition. So, dann. Gut, jetzt kann ich noch so eine AKS nicht mitnehmen. Aber eine habe ich ja. Oh, ich bleibe mir gleich den Dietrich ab hier. Oh, oh. Nein. Okay. Ich schwöre, das passiert mir sonst nie. Oh, die war da. Der war ein bisschen fies. Eine Granate. Na gut. Die Werkzeugkoffer tun ein wenig weh, dass ich sie hier lasse. Oh, ja. Oh, ja. Dann gehen wir mal besser. Oh, ich kann den Rucksack ja. Ich kann den Rucksack ja mit dem, dem Ding hier beladen. Und dann holen wir uns hier vielleicht irgendwann mal ab. Nö. Wahrscheinlich niemals. Rein aus dem Prinzip. Komm, übers Dach. Wo bin ich hingekommen überhaupt? Da ist die Brücke. Ich muss auf die Seite. Ah, quer durch oder außen rum? Damit geht es schneller, ne? Oh, oh. Ich höre einen Lacher. Wille, Auflageformat. Stick. Moment mal. Was machst du denn hier? Die Tür war zu. Ein paar Überfall hier. Kannst die man nicht so noch mitnehmen? Drei, fünf, sieben da? Ja. Oh, der braucht vier. Ah, nee. Dann weiter. Oh, ein bisschen risikofreudig hier, ne? Einmal ins Wasser und ich würde versinken. Ich würde natürlich noch einen militärischen Wanderrucksack nehmen oder so. Was denn? Ja, genau. Ja. Papa spielt hier einen Jogging-Simulator. Ich wundere. Hier passiert nichts Schlimmes. Solange Papa schnell genug ist. Zum Beispiel da vorne ist ein ganz böser Roboter. Sorry, Leute. Ich bin mal so kurz vor dem Ausgang. Ich möchte das jetzt hier nicht rausschneiden oder so. Das ist... Diese letzten paar Meter entscheiden darüber, ob der Ausflug erfolgreich war oder nicht. Nein, ich hüpfe jetzt nicht. Warum eigentlich nicht? Hallo. Hallo. Dieser Mech da vorne. Ach, da ist sogar die Werkstatt, wo ich unbedingt rein wollte. Achso, achso. Wow. Ich hab's sogar geschafft, in diese Werkstatt reinzukommen, wo ich rein wollte. Toll. Und seh nix mehr. Lauf. Lauf. Lauf, Jane. Lauf. Jawoll. Leg den Rucksack mal hier auf die Schienen. Ich wollte mal sagen, ich könnte hier eine Kiste aufsetzen und die Sachen vielleicht später einmal holen. Was heißt hier aber? Dann könnte ich auch die anderen Schusswaffen nochmal holen und die hier vielleicht einfach abholen. Oh. Okay, eigentlich ist das gar nicht so dumm. Ich nehme mal eine normale Holztruhe. Boah, ich hab keine Axt, ne? Ich brauch Seil. Bretter. Ich müsste mir eine Axt bauen dafür. Nee, das ist... Nee, nee. Wenn wir was wollen, können wir später nochmal hierher kommen. Okay. Damit würde ich ja mal sagen. Ausflug. Check. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.